Wir sehen uns dann in Sovengarde, Bruder. Offenbar sind wir die einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Diese. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Wie? ... zu finden. Ja. Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Verdammt. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, Soldat. Die Kaiserlichen. Entdeckung. Das sind die entflohenen Gefangenen. Lass die Sturmmäntel nicht entkommen. Nur ein Kratzer. Verdammt. Er. Verdammt. Stärft endlich. Vielleicht hat hier einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Hier stehen wir nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der... ... hat den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Die Gefangenen entkommen. Wir haben größere, weniger schlimm verwundet. ... hat den Starrer- ... hat den Starrer- Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Fertig? Dann gehen wir weiter. Beim Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Hört ihr das? Komm schon! Ich werde euch töten! Nicht bei euch. Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los! softball an, O'erreuth Okay. 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 Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich erlebt. Kein sannlicher Grund. Sich lebend verlaschen! Ja! 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 Ich werde Wache halten für den Fall, dass Unstieg hier durchkommt. Möge Talos euch beide leiden. 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 Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Amen.